Energiearbeit ist ja schon lange mein Steckenpferd und ich arbeite sehr viel, fast nur noch hauptsächlich energetisch in meiner Arbeit. Ich komme zwar mal aus dem Coaching, aber ich habe recht schnell festgestellt, dass es mit Energiearbeit einfach viel schneller geht und die Resultate viel schneller da sind. Das ist eine einfachere Arbeit für mich und auch für den Klienten ist und was ich jetzt auch für mich entdeckt habe, ist die Arbeit mit Lichtinformationen, sogenannten Lichtcodes. Und die Arbeit mit Lichtcodes ist nochmal eine ganz andere energetische Arbeit als diese energetische Arbeit, die man sonst klassischerweise kennt in Form von reinen Energieübertragungen. Die Arbeit mit Lichtcodes sind Arbeit mit Lichtinformationen. Es wird eine Energie übertragen, die aber Informationen erhält. Das kannst du dir vorstellen wie ein Informationspaket und dieses Informationspaket, das wird dir übertragen. Ich bin der Kanal, dieses Informationspaket aus Lichtfrequenzen kommt aus dem Solarlogos und wird an dich übertragen über mich als Kanal, weil ich Master of Grace Integrity bin und gelernt habe, wie man diese Lichtcodes überträgt. Und ich stelle mich als Kanal zur Verfügung für ein Bewusstseinsfeld. Lichtinformationen und Lichtcodes sind Bewusstseinsfelder, auf die du dann über mich als Kanal Zugriff erhältst. Und diese Bewusstseinsfelder sind dann aber ganz individuell für dich bestimmt. Das bedeutet, dass in dir Bewusstseinsfelder, die auch nur dir gehören, aufgeschlüsselt werden. Ein Code ist ein Schlüssel. Und dieser Code entschlüsselt in dir die verborgenen Bewusstseinsfelder, die dich individuell in deine Potenziale, in deine höchste Version deiner Selbst transportieren und transkodieren. Das heißt, die Entfaltung deiner Seelenmission zum Beispiel, deiner Seelenverkörperung auch, das ist der erste und wichtigste Lichtcode in Grace Integrity, wird aktiviert und entfaltet sich in dir. Das ist ein Prozess, der dann in dir anfängt, sich zu entwickeln. Du bekommst Zugriff auf dein höheres Selbst, du wirst wieder angebunden an deine höhere Weisheit, du spürst in dir immer mehr, wer du in Wahrheit bist, du gehst dann ganz deinen Weg, der für dich individuell ist und du bekommst eben diesen Code, diese Lichtinformation, die das in dir entfalten kann, die das aufschließen kann. Und das ist auch ein riesiger Heilungsprozess. Und es gibt verschiedene Lichtcodes und Bewusstseinsfelder, die du integrieren darfst. Wie zum Beispiel einmal die Seelenverkörperung, die Verkörperung deines wahren Selbstes und deines höheren Selbstes. Dann gibt es zum Beispiel den Grace Integrity Abundance Code, deine Fülle, dass du wieder in deine Fülle kommst. In dir wird das Programm der fließenden Fülle, des Wohlstands aktiviert. Auch das ist ein Prozess. Das bedeutet nicht, dass du den Code übertragen bekommst und morgen bist du Millionär, sondern das ist eine Entwicklung, die da stattfindet. Und dein ganz individueller Weg, der erstmal aufgeschlossen wird, wie du für dich zum Beispiel mit deiner Seelenmission in Fülle kommst. Was ist dein Weg der Fülle? Was ist auch Fülle für dich? Fülle auf allen Ebenen. Nicht nur finanzieller Natur, sondern auch in Partnerschaft in deinem Leben. Was bedeutet Fülle für dich? Ja, der Abundance Code ist übrigens auch mein Lieblings Code, hat in mir so viel wortwörtlich Wundervolles entfaltet und eine Fülle, die dein Ego oder auch mein Ego damals gar nicht so als Fülle definiert hätte. Was sich aber definitiv als Fülle äußert und auch nach Fülle anfühlt. Der Mangel in dir wird geheilt durch den Abundance Code zum Beispiel. Dann gibt es die Planeten Codes, den Grace Integrity Mars Code oder auch den Grace Integrity Venus Code. Wenn du dich schon mal mit Astrologie beschäftigt hast, dann weißt du, dass du in einer ganz bestimmten Planetenkonstellation auf diese Erde inkarniert bist. Und da hast du auch Energien mitbekommen in Form von Bewusstseinsfeldern der Planeten. Und vielleicht ist deine Marsenergie besonders stark, vielleicht ist sie aber auch geschwächt, vielleicht ist deine Venusenergie besonders stark oder auch geschwächt. Und jeder Planet hat auch immer zwei Seiten, sozusagen die gute und die schlechte Seite und das dürfen wir auch integrieren. Das heißt, wir können uns auch davon lösen, durch die Integration dieser Bewusstseinsfelder, mithilfe dieser Lichtcodes in Grace Integrity, können wir uns davon lösen, dass Planeten irgendeinen Einfluss auf uns haben. Dass der durch unsere Häuser läuft, also im Horoskop geht es immer um Häuser und die Lebensbereiche dann in uns und in unserem Leben. Und wenn dann die Planeten uns hier berühren, dann heißt es ja auch in der alten Sicht der Astrologie, dass wir dann diese und jene Krisen vielleicht haben. Oder was weiß ich. Und das wird nicht mehr passieren, wenn du dieses Bewusstseinsfeld, diese Herausforderung oder diese Lehre, diese Prüfung, die ein Planet vielleicht auch mitbringen würde, wenn du das integrierst. Wenn du das in dem Sinne in dir heilst, in die Balance bringst. Und so werden dir rückläufige Planeten auch nie wieder irgendeinen Strich durch die Rechnung machen oder du bräuchtest da irgendwie Angst vor haben, sondern sie werden dich immer unterstützen, wenn du dann diese Lehre, die der Planet, was immer ein Bewusstseinsfeld darstellt, dir geben möchte, indem er dich berührt in deinem Horoskop. Wenn du das integrierst und heilst, dann werden dir diese Herausforderungen nicht mehr begegnen, weil sie ja nicht nötig sind. Du hast es integriert. Du hast es im Grunde gelernt. Und es ist ein Teil von dir. Und diese Prüfung ist nicht mehr nötig. Diese Erfahrung, diese Krise ist nicht mehr nötig, weil es in dir längst integriert ist. Das machen Grace Integrity Lichtcodes. Und ich kann dich von ganzem Herzen einladen, wenn du mehr Informationen darüber erhalten möchtest, mir einmal auch hier auf meinen Kanälen weiter zu folgen und gerne auch meine Homepage zu besuchen. Dort kannst du eben diese Übertragungen dieser Lichtcodes auch gerne buchen. Und dann übertrage ich dir die Lichtcodes. Ich stehe sehr gerne für dich zur Verfügung, dir diese wundervollen Energien und Bewusstseinsfelder zur Verfügung zu stellen. Es verändert wirklich so viel und es geht so viel schneller und ist sehr viel unverfälschter als ein Coaching, weil ich nur der Kanal dieser göttlichen Energie bin und dir nichts aus meinem Verstand oder das, was man in Lehrbüchern vielleicht gelernt hat, weitergebe, sondern du entfaltest in dir deine eigene Frequenz, was für dich und deine Wahrheit richtig ist. Und es sind Schlüssel für deine Bewusstseinsfelder, der Fülle, der Weiblichkeit, der Männlichkeit wie Mars und Venus, Kommunikation, Verbundenheit, Planet Merkur, True Love, für deine wahre Liebe erstmal zu dir selbst und dann zu anderen Menschen. Wie gesagt, Abundance, der Fülle, deine persönliche Fülle, dein persönlicher Weg zu deiner unendlichen Fülle, deines Wohlstandes. Es gibt sehr, sehr viele Bewusstseinsfelder, die wir noch integrieren können und dürfen. Und ich freue mich total, wenn du Lust hast, auch diesen Weg der Integration und des Aufstiegs und damit auch der Schwingungserhöhung und ein ganz, ganz neues, leichteres, befreiteres Leben in Fülle, in Freude, in Liebe, in Leichtigkeit zu leben. Wenn wir da einfach auch ein Stück gemeinsam zusammen gehen können, wenn ich dich begleiten darf, wenn ich dir diese Energien zur Verfügung stellen darf, freue ich mich sehr. Melde dich sehr gerne oder buche dir einfach direkt eine Übertragung. Schau dich um auf meiner Seite denise-lembrecht.de Ja, ich freue mich riesig darauf, mit dir diesen wundervollen Weg gemeinsam zu gehen.